So, nachdem wir das letzte Mal ein paar komplexe Variablen angelegt haben, wollen wir diesmal schauen, wie wir diese wieder loswerden, indem wir sie abspeichern und wie wir sie dann wieder zurückbekommen, indem wir die entsprechenden Variablen wieder laden. Wir hatten beim letzten Mal die Kursmatrix angelegt, die bei mir jetzt wieder unbenannt ist und wir hatten den Datenrahmen Kursdaten angelegt. Das Einfachste, in R ein Datensatz abzuspeichern, ist der Befehl Save. Ich speichere mal die Kursdaten ab. Save erwartet eben das Objekt, das man abspeichern möchte und dann eine Datei, in die das Ganze hineingespeichert werden soll. Kursdaten.txt zum Beispiel. Und damit sind unsere Kursdaten erst einmal abgespeichert. Und wenn wir jetzt in unser Arbeitsverzeichnis schauen, ah, vielleicht das noch vorneweg, wichtig bei dem Speichern und Laden ist, dass man natürlich im richtigen Arbeitsverzeichnis ist. Das kann man überprüfen mit GetWD, wie wir es am Anfang kennengelernt haben. Und wenn das noch nicht das Verzeichnis ist, in das wir das Ganze hineinspeichern wollen und aus dem wir wieder laden wollen, dann können wir es über Datei, Verzeichnis wechseln, in dieses Verzeichnis eben hineinwechseln und R klar machen, dass das unser Arbeitsverzeichnis ist. Wenn wir das getan haben, und das hatte ich vorher schon hier gemacht, dann landen unsere Datei Kursdaten genau in unserem Arbeitsverzeichnis. Und wenn wir sie uns mit einem Editor anschauen, dann sehen wir, dass hier ein unverständlicher Text drin abgespeichert ist, der von R interpretiert werden kann. Wenn ich jetzt meine Variable Kursdaten wieder lösche mit Rm, Kursdaten, und mir anschaue, welche Variablen ich drin habe, sehen wir hier, dass Kursdaten verschwunden ist. Wenn ich diese jetzt wieder zurückhaben möchte, dann kann ich den Befehl load verwenden. Und hier reicht es, wenn wir die Datei angeben, in Anführungszeichen, aus der wir laden wollen. Und wenn ich jetzt wieder ls benutze, sehen wir, dass Kursdaten wieder da ist und ich kann mir die Variable und deren Inhalt wieder anschauen. Es ist wieder das dort, was wir vorher abgespeichert haben. Das ist natürlich für R selber ganz praktisch. Da kann man Sachen abspeichern und wieder laden. Aber der Datenaustausch ist damit noch nicht gewährleistet, denn andere Programme können diese R-Dateien normalerweise nicht lesen. Um das austauschbar zu machen, kann man sich weitere verschiedene Funktionen bedienen. Das Einfachste wäre Write. Write versteht allerdings nur Matrizen, kann nicht mit Datenrahmen arbeiten. Matrizen, wenn man eine Matrize hat, kann man sie auf die Art und Weise durchaus abspeichern. Und wenn ich das getan habe, finde ich ein neues Textdokument und in dem stehen die entsprechenden Werte jetzt einfach drin. Allerdings ohne einen sinnvollen Zusammenhang. Sie sind einfach nur hier reingeschrieben hintereinander und das ist gegebenenfalls auch noch nicht ganz befriedigend. Und es funktioniert eben nur für Matrizen. Wenn ich einen Datenrahmen abspeichern möchte, einen DataFrame, dann muss ich den Befell Write Table verwenden. Hier nehmen wir wieder unsere Kursdaten und soll kursdaten.txt jetzt überschrieben werden. Wenn ich mir diese Datei jetzt wieder anschaue, so sehen wir, dass die schon etwas sinnvoller aufgeschlüsselt sind. Wir haben hier einerseits unsere Benennungen, die Werte dort hinter, jeweils in Zeilen und hier drüber die dazugehörigen Spaltennamen. Und das kann ich mir auch wieder in R hineinholen. Ich lösche jetzt mal wieder Kursdaten als Variable. Wenn ich mich nicht verschreibe. So. Die ist wieder verschwunden. Und jetzt kann ich diese Datei wieder laden mit Read Table. Sie wird mir jetzt einfach wieder ausgegeben und sie sieht genauso aus wie vorher. Allerdings haben wir unsere Variable in diesem Fall nicht wiederhergestellt, sondern es wird einfach nur die Tabelle gelesen und dann entsprechend entweder ausgegeben, wenn man es einfach so macht, oder ich schiebe sie wieder in eine Variable. Dann habe ich sie wieder zugänglich. In den allermeisten Fällen werden wir aber den Fall haben, dass wir Daten zum Beispiel mit Excel oder ähnlichen Tabellenkalkulationsprogrammen austauschen wollen. Wir bekommen die Daten aus irgendwelchen Datenbanken oder haben sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm eingetippt. Die sollen dann nach R geladen werden, um damit fancy Statistik zu betreiben und dann sollen die Ergebnisse wieder in ein Tabellenkalkulationsprogramm übertragen werden. Das Austauschsystem, das Austauschformat unserer Wahl sollte dabei CSV sein. CSV ist ein sehr einfaches Textformat, das von so ziemlich allen Programmen gelesen werden kann, da es eben aus reinem Text besteht und das einige Bedingungen hat, mit denen dieser Datenaustausch relativ bequem möglich ist. Der Befehl, um eine CSV-Datei abzuspeichern, ist write.csv generell. Es gibt jetzt allerdings eine historische Situation hier. Ursprünglich ist das im angloamerikanischen Raum entwickelt worden, durchaus dieses Format. Und die Abkürzung CSV steht für Komma-Separated-File oder Komma-Separated-irgendwas. Auf jeden Fall Komma-Separated am Anfang. Das heißt, einzelne Spalten sind durch ein Komma voneinander getrennt. Etwas später hat man festgestellt, dass gewisse europäische Länder das Komma benutzen, um damit Dezimalstellen abzutrennen. Und somit wurde es etwas schwierig, hier dieses CSV-Format anzuwenden. Deswegen hat man ein CSV-2-Format sich sozusagen überlegt, bei dem die Trennung der einzelnen Spalten durch Semikolon erfolgt. Und das sollten, müssen wir auch nutzen, wenn wir Datenaustausch mit Excel betreiben wollen, damit unsere meistens mit Komma getrennten deutschen Zahlen auch richtig wieder geladen werden können und nicht als einzelne Spalten interpretiert werden. Also speichern als CSV-2. Wiederum die Variable, die wir abspeichern wollen. Kursdaten und den Dateinamen kursdaten.csv in diesem Fall. Schuss. Wir haben hier eine weitere Datei jetzt vorliegen und sie wird bei mir gleich als Excel-Dokument erkannt. Wenn ich jetzt Excel starte, habe ich hier eine Excel-Tabelle, in der meine Daten entsprechend drinstehen. Ich kann diese jetzt überarbeiten, indem ich hier eine weitere Person einfüge. Abspeichern. Und Excel beschwert sich dann immer mehrfach darüber, dass Sachen gespeichert werden sollen. So. Und jetzt kann ich mir diese Daten wieder hineinladen. Dazu ist der Befehl dann read.csv2. Kursdaten.csv. Wiederum lasse ich sie mir erstmal einfach nur ausgeben, ohne dass ich sie in eine Variable speichere. Was man sieht, ist, dass unsere Zeilennamen, die vorher direkt als Zeilennamen hier vorhanden waren, als eigene Spalte interpretiert werden. Unser Testnutzer ist allerdings durchaus vorhanden und richtig übernommen. Wenn wir das nicht wollen, denn unsere Zeilennamen hier sollen auch wieder unsere Zeilennamen werden, müssen wir das beim Import mit angeben. Der Befehl dafür, oder die Option dafür ist rowNames gleich. Und jetzt geben wir die Spalte an, in der unsere Zeilennamen sich befinden sollen. In diesem Fall ist das die erste Spalte hier. Also rowNames gleich 1. Damit ist die Variable wieder richtig belegt, wenn wir es in eine Variable geschoben hätten. Und unsere Zeilennamen sind wieder an der richtigen Stelle. Ich werde jetzt mal erst einmal das hier wieder in die Variable Kursdaten überführen. Und an die Variable Kursdaten eine weitere Spalte anhängen. Die sein soll Körpergröße in Meta und die soll Kursdaten Körpergröße sein, geteilt durch 100. Kursdaten wieder ansehen. Und jetzt haben wir hier hinten Komma Stellen. Und wenn wir das jetzt wieder abspeichern, in unsere Kursdaten-CSV-Datei dann und sie uns in Excel öffnen, sehen wir, dass die hier an dieser Stelle durchaus richtig übersetzt sind in Daten mit einem Komma. Ich speichere das Ganze wieder ab aus Excel und lade das Ganze mal wieder hinein. Und wir sehen, dass hier diese Übersetzung richtig geklappt hat. Das ist eben dadurch, dass wir im CSV-Format abgespeichert haben. Normalerweise sollte das auf diese Art und Weise gut und richtig funktionieren und wir sollten keine Probleme haben. Also wichtig, immer im CSV-Format abspeichern und gerade wenn wir im deutschsprachigen Raum sind und Kommazahlen erwarten, ist es wichtig, dass wir das CSV-Format benutzen, damit die Kommunikation zwischen Excel und R auch richtig funktioniert und wir unsere Dezimalstellen richtig übersetzt bekommen. Es gibt durchaus Pakete, die direkt Excel-Dateien, also die XLS-Dateien lesen und auch speichern können. Die erfordern allerdings, dass man weitere zusätzliche Programme installiert und vor allen Dingen auch weitere Programmiersprachen auf dem eigenen Rechner hat und das Ganze ist eigentlich relativ umständlich, aber mit einer CSV-Datei ist es meistens recht schnell und simpel erledigt, von daher sollte man durchaus damit arbeiten. Letztendlich, wenn wir R jetzt beenden wollen, gab es hier den M4Q, alternativ kann man hier auch über Datei beenden gehen und wenn ich den auswähle, werde ich gefragt, ob ich den Workspace absichern will. Wenn ich dieses Mal auf Ja klicke, wird in meinem R Verzeichnis der R Workspace abgesichert, den ich gerade eben erstellt habe, also all die Befehle, die ich ausgeführt habe plus all die Variablen, die ich gerade in Benutzung habe. Diesen kann ich direkt mit R wieder starten. Wenn ich mir das jetzt anschaue, so sind all unsere Variablen wieder dort vorhanden. Das kann eben ganz sinnvoll sein, wenn man eine Sitzung beendet und später wieder damit weiterarbeiten möchte, dann muss man nicht alle die Variablen wieder reinladen. Auf der anderen Seite sollte man dem aber nicht allzu sehr vertrauen, wenn es darum geht, Daten langfristig aufzubewahren, die sollte man dann lieber in einzelne Dateien abspeichern, in CSV-Dateien zum Beispiel, damit man unabhängig davon ist, ob jetzt irgendwelche Veränderungen im Workspace passieren oder nicht. Das ist auf jeden Fall die bessere Variante, um Daten langfristig abzulegen. So, nachdem wir jetzt mit Daten gespielt haben, werden wir beim nächsten Mal sehen, wie wir sie darstellen und schicke Diagramme damit machen. wie ich ist, wenn so nicht Vielen Dank.